Hallo, ich bin die Monika Weishaupt-Steffelin. Wir haben einen Obst- und einen Ferienhof. Wir, das sind mein Mann, unsere drei Kinder und ich, genau. Unsere drei Ferienwohnungen, die liegen direkt in der Obstplantage, umgeben von Obstplantage und der Spielplatz liegt auch mittendrin. Unsere Stammgäste sagen immer, wenn sie hier ankommen, das ist wie heimgekommen. Die Wohnungen sind liebevoll und sauber eingerichtet und vermitteln einfach für die Familie eine nette Atmosphäre. Wir selber sind auch ganz offen zu unseren Gästen und haben zu viele einen ganz engem Draht in der Zwischenzeit. Unsere Gäste sind nicht nur Familien, sondern auch Paare, wo die Kinder schon außer Haus sind oder Rentner, genau. Es kommen aber in der Zwischenzeit jetzt auch schon Gästekinder, die schon einen Sauberführerschein in der Zwischenzeit haben und kommen auch wieder auf den Ferienhof, weil sie einfach sagen, es war nur schön und ja, es ist ja ein gutes Zeichen, sowas, genau. Wir sind zwei Kilometer von Tschetnang weg und acht Kilometer haben wir zum See, also ziemlich zentral für das, dass wir aber ganz abgelegen liegen, also weg von Verkehr und Lärm und es ist auch kein Durchgangsstraße hier. Das macht schon auch hier aus, dass es hier so idyllisch ist und nur umgeben von der Natur. Also wenn man Ruhe genießen will, ist man hier perfekt, genau. Und wenn man dann ins Leben will, geht man an den See oder in die Stadt oder in die Berge, wo alles von uns aus nicht weit ist. Ja, wir würden uns freuen, wenn wir neue Gäste auch wieder begrüßen dürfen, neue Bekanntschaften machen dürfen und gerne sind wir für neue Gäste auch da. Dankeschön. Gerne. Danke. Ja. 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 Vielen Dank.